So, und jetzt machen wir mal, äh, wie heißt es hier? Den Wolkenhaut, Skyward Sword, steht sogar da. Ja, und verfügbare Kämpfer, Link. Oh, und Licht sollst du empfohlen. Okay, Licht empfohlen, drei Sterne Sockelbonus, was war denn jetzt Sockelbonus, haben wir uns noch nicht angeguckt. Beutequote für Waffen mit vielen Sockeln. Das hört sich doch gut an, ja. Sehr gut, wird auch genommen. Äh, ich weiß nicht, soll ich mal Daronia ausprobieren? Stimmt. Empfohlen wird aber Licht. Habe ich irgendwas Licht? Naja, das ist natürlich der einzige Licht. Ich glaube, ich versuch mal Daronia. Daronia, doch, hast recht. Hammer. Ja gut, ist halt noch schwacher. Ja, sind jetzt mittlerweile an Impa gewöhnt. Was war das, 160? Ja. Und seinen Soldaten. Naja, auf die Soldaten zögern, äh, kein Augenblick, das ist ja... Hast du gesehen, unten das Gebiet ist auch komplett noch frei, ne? Ja. So, als ob da noch was kommt. Oh, das sieht so groß aus. Und original. Ja. Naja, bis auf das, ne? Das ist schon zerstört, halt. Ja. Oder soll das der Bereich sein, der... Wir kriegen Vieh. Schattding mal. Ich glaube ich. Ja, ich glaube, im Deutschen heißt die doch Vieh, oder? Die, äh, komische... Ach ja, dieses komische blaue, blaue Tantenvieh, die schlimme ist als Navi. Boah, der war einen krassen Endangriff. Boom. Geil. Ich kann durch die Gegend rollen. Und dabei Gegner vor mich herziehen. Oh. Geh rein. Das ist krass. Müssen wir denn hier in das Ding reiben? Hier, wie müssen wir denn? Zweifel. Ja, ich komme doch schon. Überblick. Ähm. Oh. Ausgenommen. Boah, der hat aber richtig krassen AOE-Schaden. Der Darun, ja. Der ist nur scheiße langsam. Und kann sich rollen. Okay, wir müssen jetzt. Wir sollen uns dahin begeben. Und deswegen wird extra nochmal gezeigt, wo genau. Nimm ich einen. Link. Ich erwarte nicht unter der Stachträger. Kann das bloß sein. Uh. Fette Moblin. Autsch. Scheiß-Attacke. Ich nimm den mal mit. Ja. Den verschwinde nicht. Da ist ein Stein, da ist ein Stein, den haue ich mal weg. Und was haben wir noch? Ach, schon. Wir hätten für drei Mal die Dings freischalten können, ne? Die etwas kratzeren Kombos. Wo ist denn jeder Eingang? Wo ist denn jeder Eingang? Ich bin ja schon einmal rumgelaufen. Ich habe keinen Eingang gesehen. Du solltest einfach nur die Dings treffen. Da war der noch zu vorhin. Das ist nicht Master Sword, sondern das Skyward Sword. Genau, das Skyward Sword. Ach, Pfei heißt sie hier, genau. Pfei. Im Deutschen heißt sie Pfei. Du bist nicht mein Gebieter. Aber ich kann mich mal einfach so akzeptieren. Das ist kein Problem. Ja, ich sehe nur genau so aus wie der. Bis auf den Schal. Und jetzt sagt es auf einmal, es ist die Aufgabe, ihm zu dienen. Ja, wie denn jetzt? Hauptsache, das ist genau wie in Skyward Sword gerade. Ja, 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 mach ruhig. Du hast keine Pupillen, du machst mehr Angst. Autsch. Scheiße, hier sein Schwer. Oh, stimmt, ich bin mal special. Alter, ich brenne. Alter, ich mach voll hier den Ausraster. Pfei wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Wie? Kämpft schon direkt? Ist hier Bombe? Ne, ist auch nicht Bombe. Was ist das denn? Ist das ein riesiger Kürbis? Link darf nicht fliehen. Äh, Pfei. Sorry. Link darf nicht. Wo muss man denn hin? Ich sehe hier nichts. Kürbis, du verstanden? Äh. Ja, das ist wirklich ein Kürbis. Äh, okay. Wollen wir euch damit, außer Bomben draufwerfen? Zahnangriff. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, echt, wir erzählen, 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 zeigen uns aber nicht wohin. Ja, wenn du oft zu erzählen, sagt uns, wo wir lang müssen. Das ist doch cool dran, Dave. Ja, Mann. Ja, Mann. So. Und wo müssen wir denn? Direkt hier um die Ecke. Dann gehen wir doch mal da hin. Okay, nein, eine Gegner vorbei. Und wir kommen hier nicht hin. Äh, wie komme ich denn da hin? Gar nicht. Du musst einmal draußen rumlaufen. Das wird hier refeiert. Tatsächlich. Da hier mal rumlaufen. Nee, nee, nee. No Freie hier. Bam, 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 bam. Boom. Oh, war jetzt hier erreicht? Okay. Was ist das? Transporte sind super abgeschlossen. Was für ein Ding? Wer ist Narisha? Ich bin sehr verwirrt. Narisha? Das war dieses riesige fliegende Vieh, das in dieser Schattenwelt eigentlich war. Also, was der Schattenwelt war? Äh, genau. Und dann wiederbelebt wurde. Oder in der Wüste? War das so? Nee, 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 nee. Nee, das ist, in Skyworth war doch in der Wolken, also oben im Himmel war doch noch so ein Gebiet. Da konntest du nur rein. Das war dieser Wahl. Genau. Und ich glaube nämlich, dass das dieses Gebiet sein soll. Aber das war nicht so nah da dran. Das könnte sein. Ja, da hat doch, glaube ich, auch Link alle seine neuen Lieder da gelernt. Für die Falle. Er hat da umgetanzt. In diesem Bekloppte. Stimmt. Beziehungsweise geskatet. Auch unsichtbaren Skate. Hier, Rodderskates. Na, ich glaube nicht, bis geht's, sondern eher Schlittschuh. Ach, Schlittschuh. Sollte es anbeuten. Oh, hier ist, äh, Geraim. Gaylord, genau. Gaylord, ja genau, Gaylord. Hauptquartier darf nicht fallen. Ja, was denn jetzt? Hauptsache, wenn das Hauptquartier angesprochen wird, werden alle anderen Ziele verdeckt. Jetzt darf man. So, Geraim verkloppen. Oh, Geraim ist er auch hier. Ja, der muss halt auf den drauf. Verdammt, ouch. Nein. Ey, der hat gerade irgendein Kombo mit auf mich gemacht. Ja, der kann das natürlich auch. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, nicht raus. Ich raste mal hier aus. Ah, 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 ah. Sehr schön, das ist ausgenockt. Oh. Boom. Ach so, verdammt. So, was müssen wir jetzt machen? Ich stand da gerade 300 Kills und auf einmal habe ich 389. Ja. Ja, manchmal ist die Anzeige etwas hinterher, sage ich mal. Da müssen wir hin. Da oben. Zur Kürbissuppe. Wieso Suppe? Ich glaube, die haben das irgendwie falsch übersetzt, kann das sein? Trag diese Suppe dahin. Doch, das war Kürbissuppe. Ja, bald im Spiel. Ja, aber das ist doch... Ein Kürbis, oder? Was hier liegt. Oder sehe ich noch falsch. Aber... Keine Ahnung. Was ist das denn denn zu machen? Sind hier irgendwelche... Scheint 85 Prozent. Boah, die mit ihrer Wahrscheinlichkeit immer. Ohne Scheiß. Ich finde, ich finde ja Navi schon nervtötend, aber die... Das war ja irgendwie, dass Skyward Sword ja auch wieder mehr auf die Casual-Gamer war, ne? Dass irgendwie jeder einen Einstieg in der letzten Zelda-Felder-Felder hat. Ich bin mal jetzt gerade den Gegner mit. Uh! Ein Minimoblins. Uh! Ich bin zu zünden. Ich bin nicht als Schnitzel-Enden. Boom! Waffe erhalten. Bam! 300 K.O. So. Was ist denn da hin? Ich mach mal hier den Vor-Boss-Draubmann weg. Oder mach du es. Ich wusste wieder einfach... Ah! Ach, ne. Nein, keine Bomben. Hier darf man einfach so Bomben drauf. Ach, wir sind zu nah. So, aber ein weiter geht's. Mio... Mio... Und... Hup! Hauptsache, ich habe gerade gemerkt, die Bomben sehen auf jeder... in jedem Gebiet anders aus. Echt? Hier sehen die echt aus wie diese Donnerbomben aus. Skyward Sword. Oh, das ist ja krass. Was eigentlich unlogisch ist, weil wir die... derselbe Link eigentlich, ne? Ja. Aber egal. Ja. So. Boom! Ich muss nochmal irgendwo Bomben reinwerfen. So, wo bleibt die denn? Die hängt immer noch da hinten, ne? Bei den Gegnern. Hakeihan? Hat mir nicht gerade alles hier erhofft? Oh, Mann, griff! Ah, ne. Wo hängt sie? Oh, hier ist... Ein Stein. Oh, die Maschinen kaputt. Tada! Jetzt gehört uns das Gebiet. Jetzt müssen wir da oben hin. Nein, nix ist... Oh, hier ist die Truhe. Kannst du die öffnen? Hier bei mir? Weil ich kann die anscheinend nicht öffnen. Gleich, weil da rum ja das ein bisschen komisch aussieht. Du, Fiona, komm. Ja, ich komme... Ja. Rückzug. Also hier an dieser Brücke ist das. Da, wo du gerade bist. Ja. Da, wo es so leuchtet. Oder auf der Merk... Ja, dahinter. Dahinten. Uh! Wo alle Gegner rumfliegen. Hier. Da. Und hier ist die Truhe. Tatsächlich. Und? Es ist das Master... Äh, ne. Geht gar nicht. Als ob das so eine Truhe wäre. In einer normalen Truhe. In einem Thronport. Ein Herz... Ein Herzcontainer. Ein Thronport. Du hast zufällig das Master-Sport gefunden. Oh. Oh. Okay. Hätte gern doch mal diese Truhe aufgemacht. Ja. Wo du so ein Goblin... Äh, Moblin. Hat ja auf einmal ein Master-Sort. Ja, wer, 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 wer. Wo ist denn da? Ach, da ist sie. Endlich geht sie mal weiter. Das ist ja vorschbar. Ja, ist doch. Falsch. Nicht gelaufen. Nicht lang. Ich komme. Vor allem haben wir die dann nachher auch direkt freigeschalten, ne? Eigentlich. Ja. War sehr wahrscheinlich. Das heißt, eigentlich ist es gut, dass wir nach Spalten gegangen sind. Wo wir gestatten. Das ist das erste, direkt ein neuer Quintar. Bam. Und. Bam. Weg mit dem. Und. Ausrasten. Boom. Oh, ich habe auf dich geschlagen, die ganze Zeit. Da sind trotzdem noch gegräst. Ouch. So. Der ist ausgenockt. Äh, wie kommen wir denn jetzt da rüber? Aber wo ist denn jetzt Fai? Immer noch hier, ey. Das gibt es ja nicht. Okay. Wie kommen wir da nicht rüber? Ja, wahrscheinlich, äh... Das ist ja irgendwie... Ja, Fai, geh mal weiter, genau. Ah, Skultuller. Echt? Da sind immer Skultuller gespawnt. Ja. Ich komme mal eben schnell zurück. Ich gehe mal weiter mit Fai. Auf der Suche nach der Golden Skultuller. Was macht sie denn? Ach, hier ist ein kaputtes Gebiet, oder was? Holt die das jetzt gleich? Wo ist das Vieh? Ach, Tatsache, ich meine, echt Kürbis. Super, okay. Uh, Bing. So. Ja, wo ist die denn? Alter, die macht ja voll Schaden. Hilfe. Die hat gerade echt ein paar Mobs getötet. Okay. Witzig, ne? Dass der Wal immer dagegen fliegt. So, jetzt mal gucken, ob das Vieh jetzt irgendwo hier ist. Was? Oh, Musik ist aus. Ja, da ist es. Bin direkt drauf zugelaufen. Genau, wir wissen nämlich jetzt auch, warum die Musik auf der Maus ist. Deswegen, aber mit dem Sound, das war trotzdem noch ein Bug. Der uns aber auch nicht mehr passiert ist, ne? Seitdem nicht mehr, ne. Gut, wir haben aber auch nicht mehr Pause gedrückt, ganz ehrlich, seitdem. Wir haben seitdem nicht mehr Pause gedrückt. Kann ich hier lang jetzt? Stunden des Spiels, ohne Pause. Ne, hier lang kann ich nicht. Man kann das Spiel einfach nicht aufhören. Nein. Es geht einfach nicht. Ich werde es mir sehr wahrscheinlich auch noch holen. Und ich werde mir das DLC beim nächsten Mal. definitiv geholt haben. Damit wir da Kling haben. Uh, Party. Ach, hier muss ich gar nicht hin. Okay, dann gehe ich mal an. Das Volga ist hier. Okay. Also nicht hier auf der Map bei mir, sondern irgendwo halt Text von ihm. Ich sehe, Volga. Okay, wo ist er gespawnd? Da. Ja. Da, 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 da. Total falsch. Ab da hin. Ab da hin. Das ist sogar die Musik von Skyward Sword. Gerade auch aufgefallen. Und. Und Rangriff. Damn. Okay. Hier bin ich richtig. Hier kam Gegner aus der Tür. Ja, das war zufällig auch Volga. Aber wie das auch aussah. Hm, wo muss ich hin? Gegner, komm aus der Tür. Hier bin ich richtig. Ja, guck. Steh auf. Bleibt ja da erstmal eine halbe Stunde liegen. Natürlich. Oh, ich mach Pause. Ich hab keinen Lust mehr. Ich werd hier für mich bezahlt. Oh, mein Fissen. Und Magie hab ich voll. Jawoll. Jetzt kommt der Hyperangriff. Und mir hast du genau dann den weggestoßen. Und. Bäm. Stoßangriff. Da war nicht sehr viel Schaden. Ich nehm mal mit. Ja, okay. Dusch. Boah. Und? Haut der jetzt wieder ab? Ja. Haut der wieder ab? Wollt ihr mich zu Tode kitzeln? Äh, du verreckst. Und ja, volles Leben. Was? Die wahre Macht. Oh, du Scheiße. Autsch. Das tut echt weh. Der macht viel Schaden. Wow, fuck it. Oh, krass. Oh, oh. Autsch, das tat richtig weh. Das. Oh, fuck. Alter. Ich bin weg. Oh, mein Gott. Wir haben echt verloren. Verdammt. Das ist echt krass. Der hat mir auf einmal bis auf ein Viertelherz alles runtergemacht. Das ist aber echt krass. Ich will ihn als Charitär haben. Ich will auch ein Drache werden. Das ist aber echt krass. Checkpoint. Ah, sehr gut. Ja, super. Ich bin hier oben gelandet. Da, wo du zu dem Zeitpunkt warst, glaube ich. Echt? Ah ja, das kann gut sein. So. Versuch Nummer zwei. Da ist er. Aber ich habe nicht mehr meinen Superhandel. Das ist leer. Aber du hast bald Magie sehe ich. Ja, das hat sich nicht geleert. Ich muss besser ausweichen und zuschlagen. Und denk dran, du kannst kontern, ne? Nicht kontern, sondern abwehren. Ja. EZL. Was wir nie benutzt haben. Aber kann theoretisch. Ja, für mich ist das irgendwie immer nur die Kamerajustierung. Boom. Geil, ich kann total viele Gegner damit aufschließen. Boom. Boom. Okay, schon zur Hälfte down. Wo seid ihr hin? Ach so, jetzt in die andere Richtung. Ja, ich habe den jetzt aus anderem Tor rausgebrächt. Okay. Der wird jetzt auch wieder zu Super Röger. Schon wieder weg. Das gibt es doch nicht. Ne, ne, ich hatte den Dings. Ich wollte eigentlich Spezialen drauf machen. Und jetzt. Weg, 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 weg. Das Bombengeschwein. Oh. Äh, ich, äh. Wow. Alter. Das hat aber echt schadengefressen. Das Ding hat mich auch vorhin noch erwischt. Wir müssen, glaube ich, echt warten, bis er irgendeinen Angriff macht. Jetzt ist er im Drone-Modus. Und der basiert dich, glaube ich, an. Ja, ja, aber er ist vorbei. Und jetzt ist er nämlich kurz verwundbar. Und das war es auch schon. Ja, das ist die ganze Zeit nur so kurz. Ich muss eigentlich richtig in der Nähe sein von dem und so weiter Angriff aufgehört hat, drauf bashen. Wow. Da bin ich weggestoßen. Alter, ich bin fast wieder tot. Nein, what? Und wow. Ich bin fast tot. Ich muss weg. Ich muss woanders sein. Ich muss auch neben aufsammeln. Alter, der spektronisch und sein Feuer. Kannst du noch aufhören? Ein roter Pott. Wo ist noch ein roter Pott? Oh, das tat weh. Das tat weh. Ich brauche ein roter Pott. Wo ist hier noch ein roter Pott? Hier ist ein Bomb. Vorsicht, roter Pott. Roter Pott. Nein. Der hat mich jetzt mit einer anderen Attacke erwischt. Ich wollte gerade wegrollen. Weg. Verdammt. Das ist krass. Der ist hart. Auf einmal. Der Junge ist hart. Der Junge ist hart. Das ist schon krass. So, nochmal. Bam. Alle guten Dinge sind drei. C. Nee. Ich will den nicht zehnmal versuchen zu killen. Boah, alter, hab ich. Gleiser. Komm, ich knock ihn jetzt wieder raus. Der ist sofort zum Drachen geworden. Mit sich verkackern. Nein, 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 nein. Das war echt sehr krass. Dafür hab ich ihn diesmal gekriegt. Wo der seinen Schutzteil da hatte. Seinen Schwachpunkt, oder? Ja. Versuch mal wenigstens meine Magie oder so aufzuladen. Indem ich mal hier Gräser kaputt mache. Und Magie ist voll. Wo ist er denn? Hier. Wo ist er? Na, da ist er da. Oh, genau jetzt wird er wieder zu, hier, Supervolver. Ey, jedes Mal, ne? Jedes Mal. Genau in dem Moment tut's mir den weg. Ich versuch den jetzt mal in deiner Richtung zu bashen. Ne, jetzt ist es vorbei. Jetzt hab ich alles leer. Ah, verdammt. Gut. Jetzt nehm ich mir den mit. Jedes Mal. Damit du gar nicht mehr angreifst. Oh, jetzt kommt wieder. Oh, oh. Sie starten mal bei uns. Ah, sie redet die ganze Zeit mit uns. Okay, das kann man ihm nicht. Stufe erhöht. Äh, wir sollen ihn zur Feen, ne? Okay. Aber das ist krass. Wir sollen ihn im Skanspiel siegen. Also in dem Sinn. Wir sollen er zur Feen wieder einmal. Oh, da ist ein Felsrechner bei dir gewesen. Bei mir war ein Felsrechner? Ja, da. Ein Pott. Herzenvoll. Der Volker läuft einfach an mir vorbei. Ö, Heil und Kehr. Ö. Ich geh mal hier oben hin. Ich hol jetzt hier in der Zwischenzeit die Feen. Ich versuch's. Ich mach mal hier den Moblin weg. Ich find das so geil, wenn man Bomben wirft, kommen die Gegner zu einem. Also durch die Explosion werden die zu einem gespeilert. Das ist halt unrealistisch, aber okay. Ja, okay. Äh, du weißt, was wir gerade hier tun alles. Das ist total realistisch. Hier so ein Pfeil auf so eine Pflanze schießen, die genauso groß ist wie ein, sogar größer ist als ein Mensch. Was hab ich gerade getan? Was hast du denn getan? Ach, ich hatte Magie abgehört. Das war der, äh, gezwungener Angriff. Ach so, der gezwungen ist. Ja. Hat er seinen... Oh, Schufe, Schufe, 16. Wer hat einfach hier die Luft geschreckt und dann hat er rumgemacht. Nein. Der macht Sumoring als finishing move. Und am Ende haut er dann trotzdem den Hammer drauf. Fee, Fee, Fee. Oh, 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 oh. Jetzt nicht, die sieht überall gleich aus, in jeder Epoche. Außer jetzt in Pink. War die andere nicht auch in Pink? Echt? Oh mein Gott, die sieht in jeder Ära gleich aus, was eigentlich gar nicht sein kann. Es gab doch drei verschiedene, oder nicht? Oder vier? Ne, drei. Keine Ahnung, kommt auf die Spiele an. In Ocarina of Time. Selbst drei. Die sieht ja genauso aus wie die aus der Ocarina of Time. Und Maja's Mask. Maja's Mask kann die, wahr? Mhm. Okay. Ich meine zumindest. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Was ist das, Fee? Fire Gin! Wurde ihm jetzt die Kraft genommen? Warum hast du ihn nicht direkt getötet? Verdammt, ich bin nicht mehr in der Nähe. Was denn? Der ist eher zu dir gelaufen irgendwie. Die Wahrscheinlichkeiten meines Ableibens ist sinngefühlt. Okay. Ah ne, das ist Mobi. Ich will nicht Mobi. Wo ist, äh, wo ist der? Zeitgleich da, glaube ich. Nein, verdammt, ich habe ihn mal sehen. Ich habe jemanden anvisiert und da habe ich Zeit verloren. Ja, ich durfte mal treffen. Oh mein Gott, ich durfte mal treffen. Wurbelangriff, auch. Ey, bring ihn zurück. Ich will auch mit ihm spielen. So, und super Angriff. Ultra Angriff, Hyper Angriff. Shit, keine Ahnung. Weiß nicht mehr. Spezial Angriff. Ist ja auch die Spezialleiste. Dann hat er Spezial angemeldet. Boah, 800 Kurs schon. Krass. Oh, ne. Vorsicht, der will einen Angriff machen. Äh, ich kann dich blocken. Ah doch, kann ich wohl. Und ich habe genau meinen Block losgelassen, also vorher gespielt. Oh, krass. Jetzt wäre er natürlich normalerweise von der Map geflogen. Ja, normalerweise, aber, äh. Ja, gut, er ist aber ein Drache, er kann ja wieder zurückfliegen. Verdammt. Ach, wir haben ihn platt gemacht. Yay. Nach drei Versuchen. Items, Items, Items. Und jetzt, ja, okay, die Mission ist auch zu Ende, wir dürfen nicht mehr anreifen. Items suchen. Ja, ich habe ein Match gesiegt. Und wenn wir in unsere Einmischen wärst du gar nicht hier gelandet. Suche Items. Da ist noch was. Ich muss es erst zu Ende bringen. Ja, Immaterial. Ich werde es nicht von innen her auszustimmen. Oh, oh. Ja, herz. Punkt, 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 Punkt. Was will der? Nein. Ich habe keine Kisten bekommen. Was ist noch etwas, glaube ich? Ach, nee, das ist nicht. Das war eine Vase. Die hat lang gedauert. Die hat echt lang gedauert. 16 Minuten. Okay, jetzt auch das so lang. Feuerbonus. Das ist doch schon gut. Das ist nicht gut. Ist der ein Bonus? Das ist schon besser. Ja. Ja, mit oder wie? Nicht Bonus. Ist schon akzeptabel. Oh, jetzt haben wir auch mal ein Schild bekommen von denen. Wir haben den angegriffen? Äh, ich habe ihn angegriffen. Oh, du irgendwann auch. Oh, Tatsache? Was, glaube ich, den Finish in Blau gegeben. Oh. Tada. Oh nein, die. Wir können es an zwei spielen. Yeah. Schwerte Göttin. Yeah, Rasenmäher. Oh, das ist ja. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du.